So, hier beim Umzug. Hallo. Umzug. Steht Ihr Umzug, ne? Umzug. Ja. Die Begeisterung. Überall. Nicht schon viel ist vorbeigefahren, sodass wir zu faul zum Filmen waren. Ha? Nicht schon so viel ist vorbeigefahren, dass wir zu faul zum Filmen waren. Später gibt es aber noch eine schöne Fortsetzung in der Festhalle. Die Leute sind immer noch nicht da. Sie sagen einfach, was tun, ne? Du DxXL Brezel. Ah! Ja, da geht's weiter. Wir sind ja alle vergeben. Ja, die haben alle ob ihre Stirn und ob ihre Hüte und so vergeben stehen. Aber wir nicht. Weil wir sind cool. Wir sind alle vergeben. Die Lili sind alle vergeben. Ich auch. Keiner von uns ist Single, aber wir haben alle kein vergeben auf unsere Stirn oder auf unseren Hut. Weil wir das nicht brauchen. Weil wir haben genug Vertrauen. Was haben die hier? Das ist mir normal. Guck dir die da auch auf der Stirn. Da, die Flonde. Da sieht man schon so. Guckt auf den gelben Helm. Vergeben. Das steht vergeben. Alles vergeben. Gibt es nichts mehr. Alles vergeben. Alles vergeben. Guck dir mal die Maske da an. Die ist total. Oh, der Flohl. Die ist voll geil, die Maske. Du hast ja auch so eine Maske. Da ist der Flohl. Ich darf mich nicht fokussieren wegen... Ja, aber da ist doch mal. Wir sehen uns dann in der Festhalte wieder.